Hallo aus dem Genfer Studio von ducascopy.tv. Zu einer der großen Figuren in der Schweizer Bankengeschichte habe ich heute Claude Baumann bei mir. Er hat ein Buch geschrieben über Robert Holzach. Claude Baumann, willkommen im Studio. Hallo Daniel. Ja, der Robert Holzach hat von 1922 bis 2009 gelebt und sie haben ihn als einen der letzten großen Bankiers bezeichnet. Was hat sie an der Figur Robert Holzach so fasziniert, dass sie ein Buch über ihn geschrieben haben? Ich glaube, das ist noch ein Bankier von einem ganz anderen Typ als das, was wir heute kennen. Wenn wir uns heute einen Bankchef vorstellen, dann ist das einer, der sich sehr stark für Gewinn, für Profit und vor allem für seinen Bonus interessiert, sonst eigentlich keine anderen Interessen hat. Und bei Robert Holzach war es genau das Gegenteil. Er hat immer in seiner Arbeit eine gesellschaftliche Verantwortung, einen gesellschaftlichen Auftrag gesehen und war immer davon beseelt, eigentlich etwas für die Gemeinschaft und für seine Mitarbeiter zu schaffen. Und das ist der grosse Unterschied. Also man kann schon sagen, er hat das Wort Nachhaltigkeit gelebt, bevor es wahrscheinlich in den Wörterbüchern erst erschienen ist. Und er hat auch, wie man sieht, sehe hier das Bild vom schwarzen Montag 1987, den Börsencrash 1987 schon vorausgesagt, weil er die nicht nachhaltigen Methoden der Finanzindustrie schon damals angeprangert hat. Was unterscheidet denn sein Handeln vom heutigen Banking? Das war eigentlich ein interessanter Punkt, das mich eigentlich zu diesem Buch geführt hat. Robert Holzach hat sehr viel geschrieben, also er setzte sehr viel Zeit auch noch dafür ein, zu reflektieren, grosse Themen, mit diesen Themen sich selber auseinanderzusetzen. Und er hat, wie gesagt, bereits Anfang der 80er Jahre vor diesen Entwicklungen in der Finanzwelt gewarnt, die eben zu Krisen führen können. Und das hat mich sehr fasziniert, dass da jemand ist, der das so präzise vorwegnehmen kann. Also der Übergriff der Maschinen, der Glaube an die Modelle und viel weniger auf die Intuition zu hören und auf die effektiven Tatsachen, sich blenden zu lassen von diesem vielen Geld und diesen spekulativen Massnahmen und Möglichkeiten. Dann auch von den technischen Regeln und der Verantwortung des Einzelnen wahrscheinlich auch. Ja, absolut. Das ist ein wichtiger Punkt. Für ihn war immer der Mensch eigentlich im Mittelpunkt, sowohl als Verantwortlicher, dass man Vorbild ist und dass man Vorbild ist von einer vorbildlichen Bank, aber umgekehrt eben auch die Leute loyal und anständig behandelt. Und es gab auch keine High-and-Fire-Politik zu jener Zeit. Das ist auch eigentlich sehr bemerkenswert. Claude Baumann, die Bankenwelt der Bankensektor sind einerseits durch die Finanzkrise, dann aber auch durch die faktische Abschaffung des Bankgeheimnisses einem tiefen Wandel unterworfen. Und auch der Schweizer Bankensektor muss sich dramatisch verändern. Ja, wie würde denn Robert Holzer heute als Banker schalten und walten? Ich denke, er müsste gar nicht so viel ändern, weil eigentlich die Werte, die er vertreten hat, eigentlich immer noch gültig sind und man in den letzten 20 Jahren leider eben davon abgekommen ist. Und gerade jetzt in dieser Sinnsuche, in der sich der Finanzplatz befindet, findet auch eine Rückbesinnung statt auf eben diese Werte, die Robert Holzer propagiert hat. Es gibt in dem Zusammenhang eine Tischrede, die er 1993 gehalten hat. Und dort hat er einerseits die Todsünden aufgezählt, die ein Bankmanager eigentlich begehen kann oder eben nicht sollte. Das ist Selbstherrlichkeit, Kurzfristigkeit, Geldbezogenheit, Inkonsequenz, Bürokratie, Technokratie und Ignoranz. Also ich erkenne in diesen Begriffen einen grossen Teil der heutigen Bankmanager. Und eigentlich um diese sieben Todsünden dem etwas entgegenzusetzen, hat Robert Holzer in dieser legendären Tischrede auch noch sieben Tugenden aufgezählt, die nach ihm wichtig sind. Und das wäre eigentlich die Antwort auf das, was man in Zukunft eigentlich machen sollte, damit dieser Finanzplatz wieder zu dem wird, was er einmal war. Was können Bankmanager von dem Robert Holzer? Genau. Was sind seine Tugenden? Genau. Bescheidenheit, Langfristigkeit, Dienen und Leisten, Dienstleistung, dann Glaubwürdigkeit, Zurückhaltung, Kommunikation und eine Genauigkeit im Detail. Und ich denke, das sind eigentlich banale Sachen, aber wenn man sich überlegt, wohin eben in den letzten 20 Jahren die Finanzbranche geraten ist, dann wäre es eigentlich sehr wichtig, dass man sich auf diese Werte, die eben ein Robert Holzer so stark propagiert hat, zurückbesinnt. Also ein Buch, das auch heute für jeden Schweizer Banker noch hohe Relevanz haben dürfte. Robert Holzer, ein Bankier und seine Zeit heißt das Buch. Es ist seit Mitte November 2014 erschienen. Claude Baumann, der Autor, ganz herzlichen Dank für Ihren Besuch im Studio. Danke auch, hat mich gefreut. Und vielen Dank für Ihr Interesse. Neueste Analysen und exklusive Interviews finden Sie auch auf der Website von ducascopy.tv. Haben Sie einen schönen Tag und bis bald. Untertitelung des ZDF für funk, 2017